So geht's doch mal weiter. Ach ja, ich sehe ja aus wie der alte Mann hier mit meinem Bart. Ach du hast Navi, hast du? Ja, ich hab Navi jetzt. Hey, listen. Hey, listen. Drecksvieh. Halt die Fresse. Ja, du hast jetzt einfach mal so ein Schwert mit wer weiß was schon. One-Hitest erstmal hier so alles. Ja, ich hab schon 11 Schaden. Ich hab jetzt schon 17 Damage. Das ist so lachhaft. Du One-Hitest einfach alles. Ja, bohrst sie nicht. Ja, bohrst sie nicht, das ist klar. Das wäre auch ein bisschen krass, wenn du den One-Hitest hinten würdest. Ah, vier Schläge. Level 3. Ich hätte gern wieder einen Bienenstock. Das gibt so schöne Erfahrungen. Ja, das war gut. Die sind eigentlich recht easy, ja, wie wir gemerkt haben. Aua. Critical-Junge hier. Mit meiner Holzfäller-Axt. So. Komm hier, Bossi. Oh, shit. Ja, es ist Maria, da kommt der auf einmal von oben hier flogen. Sag mal, bist du irre? Ja, was kannst du doch nicht machen? Höh, 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 bei mir ist er links aus der Wand geglitscht. Ja, bei mir steht er hier noch. Bei mir steht er da auch wieder. Da, fuck. Ich bin tot. What the fuck, Alter? Glitscht er bei mir da links aus der Wand. Toll. So was kannst du gut, ne? Ich hab mir schon ein bisschen gehitet. Ja, war ne lange Runde. Oh, ich hab Lizardman freigespielt. Das ging jetzt doch. Cool. Wobei, warte. Na, egal. Ähm. Du bist eben eh gleich wieder. So wie so. Ah, ich wurde verwollt von Eisen. Ganz viel Holz. Gib mir das ganze Holz. So. Gib wieder Kohle. Kann mir wieder was Schönes verkaufen. Oh, nee. Okay, zwei Borstis auf einmal. Guck mal. Wenn ich mir erstmal ein Schwert machen, willst du mir nicht erstmal Holz geben? Ich geb dir gleich Holz, du. Werd' man nicht frech. Ein Steinschwert. Kommt eh nicht an mein Katana ran. Du kannst mir wieder ein Katana geben. Zwei Borstis. Das ist nicht lustig. Jetzt kann man beide Gleitzeiten treffen. Ja, sauber. Geht doch. Ach so. Der Holzacknetz-Acker. So. Ja, ähm. Und was machst du da oben? Das ist, das ist nicht, äh. Das kann ja nicht gut heißen. Oh, nicht. Das ist mein Land. Mein Name ist Ronny Moröder. Das ist mein Land. Ach, mein Gefängnis. Das ist alles meins. Ui. Ich dachte, das gehört mir. Scheiße. Scheiße. Diese Takel-Dinge haben auch keinen Nutzen, ne? Die sind hier einfach nur so irgendwie soziert oder so. Die machen ja nicht mal Schaden oder so. Oh, Borsti und ne Wespe und... Ai, 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 ai. Aber es gibt wieder schöne Erfahrung. Ja gut. Ich bin gleich tot. Ich komm von hinten auf. Hm, toll. Ja, ich bin tot. Also, Borsti und Wespe gleichzeitig mit nem Steinschwert. Und noch diese ganzen Kacksteine. I'm so angry. Bam, want it. Das hättest du mal. Wobei, wenn du schnell bist, dann kriegst du den noch. Bam. Komm her, Borsti. Jetzt lässt er dich treffen. Das ist, äh... Er hat zu früh zugeschlagen. Ich hab's gemerkt. Es ist mir bewusst. Oh. Scharlatan. Glück nicht. Boah, ich hab vorhin wieder Gänsehaut bekommen, Alter. Wir haben ja Game of Thrones geguckt, Alter. Und diese, ne, die Hochzeit. Das ist einfach, ne. Das ist ein Moment, du, da, ne. Da hast du flüssigen Schokokuchen in der Hose. Äh, mach mir mal noch ne Axt. Ja, warte. Holz, Junge, Holz. Hier. Cool. Sogar aus Knochen. Ganz edel. Wenn ich noch so viel Holz, ich nehm jetzt einfach mal ganz viel mit. Vielleicht kann man dann gleich ganz viel kaufen. Nö, ich mach schon mal den ganzen Fischer tot. Achso, ich bin tot. Achso, ich bin tot. Ich bin da an dem Stein hängen geblieben. Das ist, äh, ja... Ich bin halt Holzfäller. Der Stein ist so ein paar Meter daneben. Ja, ja, ich bin aber Holzfäller. Das ist so ziemlich der gefährlichste Job. Also, ne. Ja, ja. Ja. Ist wahr. Wirklich wahr. Oh, ganz viel Holz, du. Geht mir doch schon wieder das Herz auf. Das Arschloch geht mir auf. Ach, Mensch. Was hab ich denn jetzt bekommen? Ach, dass ich wieder Waffen verzaubern kann. Ja, wobei. Das ist ganz gut. Dadurch wirst du stärker. Dadurch werde ich stärker. Ist das irgendwie ein Archivement oder so? Dass man irgendwie alles einmal abgeholzt hat. Dann kriegt man irgendwie die Holzklasse oder so. Die Holzklasse. Achtung, Boss, die kommt. Aua. So, jetzt hast du noch ne Zauberwaffe 64. Los. Spiel den Kloppo. Bamm. Das ist cool. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, und die Reichweite ist, meine ich, höher auch. Dann so ein bisschen. Oder irgendwie sowas. Sieht zumindest aus. Keine Ahnung. Achtung. Bist du wirklich Wahnsinn? Bist du bescheuert? Hast du nen Arsch offen oder was? Guck mal, hier laufen Kinder rum. Ich glaube, ich habe noch nicht mein ganzes Holz hier. Und ich brauche ne neue Axt. Die ist gleich kaputt. Wir sind jetzt erstmal in der Stadt, Mensch. Ja, ich will aber hier alles Holz mitnehmen. Und die Silber ist noch hier so viel. Es ist selber ein aus Holz. Ist das doof oder was? Aus Holz. Bist du bescheuert? Ja. Ich glaube nicht bescheuert. Was wächst überhaupt? Wenn ich manchmal denke, ja, vielleicht können sie sich das ja noch bessern. Jetzt habe ich halt noch Holz Axt. Dann können sie halt noch länger wahren. Wobei, eigentlich geht das ja genauso schnell. Ja, wollte ich gerade sagen. Es geht genauso schnell. Ja, sag was du willst. Ach, da ist ja das Ende. So. Geh mal durch. Gibt hier nicht mehr Holz. Schauen wir mal sehen, was ich an Kohle kriege. Bin ich mal gespannt. Guten Tag. Ich habe was für Sie. Mensch. Ist Mensch. Herbert Grönemann. Ist Mensch. Äh. Ja, ist schon nicht schlecht. Muss ich ja mal sagen. So, ich habe jetzt schon mal eine Eisenspitzhacke. Möchtest du eine Eisenspitzhacke haben? Ja. Ja, ich habe die gerade gekauft. Man konnte ja so schnell ein Geld als Holzfäller. Cool, ne? Cool. Bauen wir uns ein bisschen Eisen. Joa. Am ja zwei. We find Close 2? Oh, das war aber schon recht viel. Das ist ungewöhnlich. Ja, habe ich gerade gefunden. Also daraufhin will ich es gefunden. Ja, ja. So. Joa. Läuft. Ich weiß ja nicht, ob sie in den Ofen machen können. Wird sich zumindest lohnen, weil ich habe hier schon wieder so viel Scheiße. Dann gleich einen machen, ja. Sonst ist ja nichts mehr, ne? Was interessant ist. Nö. Hat der schon eine komplette Eisenrüstung. Ich glaube, du hast den Arsch offen, ne? Ja. Och, Alter, okay. War scheinbar recht ergiebig. Ja, war ich echt. War nice. Für die erste Runde. Das ist, äh, cool. Hm. Junge, wie lange hält eigentlich seine komische Magiewaffe? Die habe ich gerade angemacht. So, ich zeig's gerade so, hä? Nee, 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 nee. So soll ich mal einen, äh, Griller machen? Ja, mach mal Griller. Los, komm. Wow. Nein. Oh. Ich wieder einfach so essen, Mensch. Das ist eine Kacke. Ich habe aber noch viele davon. Von daher ist auch egal. So. Ich schlachte da mal die Chickens-Node hier. Jo, jo. Aber wir wissen ja, dass das Chicken gar nicht mal so stark ist. Oder das kann man sogar killen. Ja, da kommt da sogar, Mensch. Ja, dann. Wobei im Nahkampf ist, Alter. Ja, ja. Zauberwaffen. 180 Schaden gemacht. Oh, jetzt ist... Bum, bum, bum. Vom runter, Chicken. Fett. Geil. Cool. Er lacht. Und ein großer Pott getroppt. Das G ist eigentlich ganz cool, weil es gibt eigentlich keine schlechten Sachen. So. Wusstest du eigentlich, dass, wenn du solche Sachen hast, wie zum Beispiel HP plus 2, Ja. Dass du die nur bekommst, wenn du scrollst. Ja, wenn du die Waffe in der Hand hast, ja klar. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich zum Beispiel, wenn ich so hin und her switche, mit meinem Dings. Oh, scheiße. Mit von wegen, indem ich eins drücke und so, dann bekomme ich das nicht. Sondern nur, wenn ich da hinscrolle mit dem Morserad. Ja, was weiß ich. Aber wenn eine Axt plus 2 HP gibt, ist sowieso scheißegal. Ja, bei mir ist es halt das Schwert. Musst du ja mal hinscrollen. Das geht nicht, wenn ich halt eins oder so drücke. Weil es sei nicht aufgepasst. Uh. Ja, toll. Ich retz dir. Ich denk das weg. Und auch nicht. Das hält viel zu viel aus. Das krieg ich nicht gekillt. Das One-Hit-Hit mich. Lauf. Oh, oh. Guck. Easy. Easy. Jesus Christus im Himmel, Alter. Bist du irre? Na, kannst du ja nicht für. Oh, ne goldene Truhe. Und niemand hat das wieder. Oh, das ist doch assi. Das ist so richtig assi. Weißt du, ich hab das schon einmal bis... Ich hab das zweimal, glaube ich, bis jetzt mal so genommen als Nebending. Und da kam nie eine. Und jetzt kommt eine. Ich will mal wissen, was da drin ist. Das ist so. Ja, wahrscheinlich voll der geile Shit. Ich hab ja eben auch nachgeguckt mal. Ich hab auch keine Ahnung, wie man Schlüssel machen kann. Hab ich nicht gefunden. Oder auch mal eine Bob-Line machen kann. Beziehungsweise wo man mal einen finden könnte oder so. Aber da stand ja auch, es gibt kein Bild für den Schlüssel. Sondern die haben einfach das Bild von dem Biskuit genommen. Weil sie kein Bild haben. Ja, vielleicht ist das Biskuit gleichzeitig auch ein Schlüssel. Schon mal daran gedacht? Das Biskuit ist voll geil, Mann. Das macht drei Max-Apion und drei Max-Mana hoch. Max, das ist mein Cousin. Ach ja, diese tollen Unterhaltungen, Konversationen, ist herrlich. Sag mal, die verstehen uns wieder nicht, wenn du so hoch sprichst. So hoch? Konversationen, das kennen die gar nicht. Jetzt beleidige bitte nicht meine Zuschauer. Also die elf-, zwölfjährigen wissen schon, was Konversation heißt. Also sollten sie wenigstens, ne? Auch, dass die Kinder nicht durch den Storch kommen. Also das ist schon, ne? Nee, durch die Miesmuskel. Und auch, dass Dubstep und Hardcore keine Musik ist. Jetzt hast du aber... Jetzt habe ich, ich glaube, jetzt habe ich eine Angst eingejagt. Das ist, äh, nee. Und Minecraft ist auch keine Religion. Und Religion braucht sowieso keiner. Also das sind wir, naja, gut. Minecraft ist keine Religion. Was ist mir neu? Burger King, das ist eine Religion. Äh, ich brauche mal eine Axt. Oder die Rohstoffe dafür. Weil sonst kann ich nur eine Holzachst machen. Ist jetzt nicht so fett. Weiß ich nicht. Stehe ich nicht so drauf. Wissen Sie? Mir liegt schon wieder Scheiße. Dass die sich nicht schämen. Ja, guck mal hier. Ich habe da was für dich. Oh, das ist natürlich auch nice. Das ist Torte. Das ist Torte. Da oben ist einer. Den, äh, nehme ich mal gleich mit. Boah, erstmal muss ich gerade noch eine Konversation mit dem Baum halten. Der wird nämlich gefällt. Ach, ich bin K.O. Ich wusste nicht, dass da auch noch ein Stein ist. Die sieht man, übersieht man so schnell. Die sind so klein, das nervt voll. So klein, bei mir ist das ein Riesenstein. Ach, scheiße, wie willst du mich da wegkriegen? Das weiß ich auch noch nicht. Ja, wie viel HP hast du? Bei. Nee, dann geh weiter. Dann lass das mal. Dann, nee. Ist dann nicht so gut. Los. Tu's für Hodor. Dann brauchst du die Lauf. Mach du dann mal runter. Mach, geh einfach komplett durch. Wenn Erz da ist, was du mitnehmen kannst, dann nimm's mit. Wenn ich, dann nicht. Und dann, Tati. Dass ich dir da nicht zugucken kann, das ist so schadig. Dann müsste jetzt aber durch sein. Ja. Tja, das ist gut. Earthfang Forest. Ah. So. Nee, Monsterberg wollte ich nicht verkaufen. Dadurch hab ich jetzt mein ganzes Gold verloren. Aber ich hatte nur noch 100. Von daher ist das auch wieder egal. Oh. Ich kann mir jetzt ein Rüstungsteil machen. Fett. Ich hab grad einen roten Bau mit Angraf plus zwei gecraftet. Ah, ja. Schön. Ja, fett. Ja. Mit mehr Damage. Schön. Ja. Nach dem Bogen, wenn du halt keine Decks hast, bringt der nicht viel. Ja, Decks. Ich weiß nicht so viel wie ATK, aber... Ja. Ja. Ich brauch dir nur ein paar Stickys mal. Ein Stickys? Ja, hier bitteschön, da. Fett. Ich weiß. Hab ich studiert. Stickys. Was? So, ich dachte, du hast Fett studiert. Nee, nee, Fett. Das hast du mal gesagt. Da hab ich dich gefragt. Weißt du, was du bist? Na, das ist Fett. Das war... Ich hab dir auch nicht zugehört. War aber lustig. Kannst sagen, was du willst. Fett. Kannst sagen, was du willst. Fett ist lustig. Kannst sagen, was du willst. Wow. Was hast du vor? Lass die Hose an. Schlag den mit Schinken. Ich muss ein neues Schwert machen. Mein Emerald. Ja, gib mal her. Montana geht kaputt. Achso, das geht kaputt. Ja, es hat nur noch sechs. Achso, ja gut. Dann ab im Müll. Im Müll. So. Kann ich denn noch was machen? Kannst du dir inzwischen das kraften? Theoretisch ja. Wenn ich drei Eisen hätte, ja. Beziehungsweise soll ich dir das kraften. Ich hab ja hier... Ach, die Sahn. Wenn du das hast, ja. Wenn du Eisen hast, ja. Ja, hab ich. Ich hab ja Parmesan und Eisen. Dann aber die Rüstung am besten. Wobei ist ja nicht egal. Aber mach mal die Rüstung. Geh ich denn jetzt hin? Achso, ja. Ich fange dich, Mensch. Oh, was? Jetzt hab ich schon wieder irgendwas gekauft. Oh, ne Holzspitzhacke? Geil. Ne Holzspitzhacke? Super geil, Alter. Ich hab ja ein Steinschild gemacht, ne? Ein Steinschild? Ja, ich hab... Ich hab grad eins aus Eisen machen. Jo. Oh, jetzt das letzte Eisen auch verballert. Geil. Und ich verkau grad noch mein Katanaschild. Aber Alter, noch hab ich einen Kopf wie ein Stein, ey. Das ist ekelhaft. Ja. Ja, Lusch. Was knacken? Nein, ich warte, weil ich mach nochmal einen Grill an. Ach, dein Grill. Ich will nochmal einen hier. Äh, warte, ich hab noch was. Bleib bitte an. Ja, schau. Geil, hauscht mir jetzt ein Hühnchen in den Kopf. Büp. Schnauze. Schnauze. Magie-Waffen. Rabib. Rabib. Rabibi. Oh, Bossi, Mann. Hör auf, auf meinem Kopf zu glitschen hier. Ja, ne? One-Hit. Das ist jetzt generell alles One-Hit hier, weil halt grün das Einfachste überhaupt ist. Ach ja, ich kann ja Käferchen fangen. Ein Zunder. Was war das jetzt nochmal, was ich hier hab? Ja, ich hab wieder die Fähigkeit, dass ich 10 Sekunden lang unendlich Mana hab. Nice, Junge. Ich brauch nur noch meinen Stab, dann ist hier jetzt Babo-Time angesagt, Junge. Dann wird wieder rasiert. Kann ich nur immer sagen, wenn ich zauber... Wow. Äh, Magie-Waffen kommen sofort. Hab ich sogar noch. Aber der, ja. Scheiße. Aber der Scheiße. Der Scheiße. Der Scheiße stinkt auch in der Dunkel. Gibt's nicht irgendwie eine Kettensägen-Mod oder so dafür, damit das ein bisschen schneller geht? Kettensägen-Mod. Ja. Rennen wir den... Dann kommst du aber so an wie den Werner und sagst zu mir, da ist ja gar kein Benzin drin. Wenn du weißt, was ich meine. Die Stelle, wo die da mit ihren Händen die Schattenspiegel da machen. Das ist so dämlich. Ich brauch nur neue Axt. Ja, ich muss erstmal Dino töten hier. Kannst du Magie machen? Ja, hab ich. Magie! 94, Junge. Bup, bup. So. Neue Axt. Ja. 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 Oh, geil. Bup. Ich mach mich einfach glücklich. Es lastet mich so ein bisschen aus, weißt du? Ui. Dass hier gerade keine Feen sind, stört mich ein bisschen. Ja, ich hab eine. Kannst du ja versuchen zu fangen. Ha, 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 ha. Sind wir euch wieder ganz behindert? Ja. Eigentlich schon. Oh, toll. Passt man einmal nicht auf. Wenn man ein HP von einer Kartoffel hat, ist auch kein Wunder. Ja, ich hab 17. Ich hab 16. Aber immer nur einmal einen voll. Mensch. Witzige Spülwirt, das kommt diesen Monat raus. Aber ich mein, das hat leider kein Multiplayer, aber es ist auch so cool. Äh. Titan Souls. Was so 2D, auch diese Pixelgrafik hat, dann so ein bisschen wie Dark Souls ist, von der Schwierigkeit nur, dass das Einzige, was so schlimm daran ist, du hast einen Bogen mit einem Pfeil, den du immer wieder aufheben kannst. Das ist deine einzige Waffe. Da oben ist noch ein Fäscher. Achso, stimmt. Da haben sie recht. Ja, mein After übersieht das manchmal. Cool. Komm, rot. Ja, rot. Ich brauche noch eine. Guten Tag, Toadfire World. Schön. 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 Guten Tag. Wir finden kaum Herbs. Ja. Voll ekelhaft. Scheiße, schon wieder in die Kacke rausgekommen. Ja, du, eine Pampers hält nicht alles auf. Scheiße, hier. Joa. Wenn die noch eine Kleinigkeit hätten, was ich verkaufen könnte, dann könnte ich dir das Goldschwert schon kaufen. Können wir Gold sparen. Wir empfehlen, äh, 28 Tala ich denn dafür. Joa, das wird reichen. Na, nicht ganz. Jetzt Pele 9. Hier kannst du die Chickens hier unten notschlachten. Stimmt. Müssen wir nur aufpassen, ob MC Babo kommt. Ja, nochmal MC Babo. Dann gibt's nochmal Geld. Ne, nicht gehört. Aber jetzt habe ich 600 Sachen. Dann kann ich das Schwert kaufen. Äh, ja. Joa, 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 joa. Guten Tag, ich hätte gern das da. Dankeschön. Und bitteschön. Ich würde dann auch gern das alte haben, wenn sie so nett sind. Man muss schon einen Schritt nach vorne gehen. Achso, habe ich nicht gesehen. Deswegen. Weil ich etwas, äh, erritärt. So. Sonst haben wir nichts, oder? Irgendwie, dass ich einen Eisenhelm oder so bekomme. Achso, ja, doch. Drei Eisen hätte ich, ja. Ja, weil das ist besser als so ein Steinteil hier. Ich hätte lieber einen Eimer im Kopf als einen Stein, weißt du? Das macht einen Unterschied. Ja, ein Typ. Notschlachten, ja. So. Hotehü. Ach ja. Vielleicht kriegen wir jetzt hier wieder einen Jelly Sword. Weil, weil das war hier eigentlich ja auch ganz easy. Außer, dass die einen hier halt schießen können. Ja, aber die sind ja auch easy. Das hat mir fünf Schaden gemacht. Das hat mir fünf Schaden gemacht. Wissen nicht. Ach, wahrscheinlich dieser Angriff von diesen Jellys, der. Da müssen sie, äh, etwas aufpassen. Weil die Pilze, die sind ja, sind halt Pilze, ne? Sch, 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 scheidenpilz. Oh, Alter, jetzt will ich das aber wissen hier. Ja, Captain Zauberus ist das wahrscheinlich. Äh, das ist I am angry. Birds. Das stimmt. Das gibt's hier, dann gibt's hier noch Take That. Ich mag die Musik hier. Na, die ist mal anders. Stimmt. Schock. Oh, oh. Ich hab auch grad fünf Schaden gekriegt. Ich bin ja nicht der Überlebens... Toll. Das war Magie, die hinterm Gegner war. Vor allem bin ich ja nicht der Überlebenskünstler. Ne, das bist du echt nicht. Ich hab den Nobel freigeschaltet. Miner Cap. Hab ich auch schon. So, ich spiel jetzt auch mal ne Runde Krieger. Weil ich hab ja auch Lizardman. So. Kannst du auch als Magier benutzen rein theoretisch.